Schönen guten Tag, Herr Heil. Freut mich, Sie kennenzulernen. Politik lebt vom Austausch und von Debatte. Stellen Sie sich vor, Sie hätten meinen Job. Was würden Sie in Sachen Inklusion als erstes angehen? Wir genau wissen, was gut lief und was nicht. So richtig vorwärts geht es leider nicht. Wir wollen Teil der Lösung sein. Und ich möchte Danke sagen. Ich wollte mich mal bei Ihnen bedanken für Engagement. Das verleiht vielen eine Stimme. Das bewegt auch was. Besuchen Sie uns auch auf hingehört.bmas.de und in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.